Zunächst Winfried Schalau, wie viel wissen wir wirklich vom ersten Tag dieses Krieges? Es ist eigentlich wie immer, die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Diese Erfahrung der Pressegeschichte sollte nicht vergessen werden. Die wichtigsten Meldungen von heute stammen aus den militärischen Hauptquartieren. Es sind Nachrichten der Militärs über ihre eigenen Aktionen und es gibt wenig Möglichkeit, den Wahrheitsgehalt dieser Nachrichten zu überprüfen. Außerdem mag es wichtige und große Komplexe der Realität geben, über die heute überhaupt nicht berichtet worden ist, die noch verschwiegen werden. Das Bild wird erst klarer und auch wirklich glaubwürdiger, wenn Nachrichten und Bilder auch von Journalisten gesammelt und ohne Zensur verbreitet werden dürfen. Soweit ich sehe, liegen solche Informationen aus journalistischen Quellen bislang über den Tag heute nicht vor. Mit diesem Vorbehalten zeigen wir Ihnen den folgenden Film in die Chronologie der vergangenen Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.